Hallo zu einer neuen Folge Greed Legends. So, ich hatte eben nochmal ein bisschen gepasst, vielleicht, weil ich hatte noch eine andere, muss was anderes aufnehmen, und da hatte ich die Cam, ja, dass die Deckkraft da nicht, also, ja, die habe ich nicht so transparent gemacht, sondern die Deckkraft wieder richtig gedeckt hat. Ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich mache. So, das muss ich eben nochmal einstellen. Ich hoffe, das geht so. Hm, müssen wir mal gucken. So, und dann müssen wir mal gucken, fahren wir hier oder wir fahren hier oben. Den werden wir hier mit freischalten, mit dieses Event. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt fahren. Jetzt fahren wir ja nach dem hier. Ähm, ja, dann lassen wir das mal so. Gucken wir mal, wie das hier so aussieht und wird und geht und so. Mh-hmm. Mechanikerausbildung und, und, und. Ich weiß jetzt gar nicht, was, den anderen Wagen, mussten wir uns sonst kaufen, ne? Ich weiß gar nicht, was das für einer war. Weil Geld haben wir ja genug eigentlich. Hm. Jetzt will ich nicht gucken sonst. Das können wir gleich ja nochmal gucken. Mike, was denkst du über diese Strecke? Wenn ich singen könnte, würde ich eine Opa über diesen einzigen... Ja, aber wir wollen keine Opern singen. So, ich hoffe, das wird auch alles zum Zerfahrt eigentlich, ja? Ich habe nichts anderes eingestellt ansonsten. Ja, wollen wir mal mal... Nicht die Wand knutschen. Aber ansonsten ist... Jo, danke, Leute. Oder ich habe mich nicht mehr bestellt. Ich bin alleine. Oh, 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 oh. Ich weiß aber nicht. Ich bin auch so ein bisschen... Äh, unentschlossen. So automäßig. Oh, aufgepasst hier. 5 Uhr waren wir, 12. Sind wir, ja, das ist nicht gut. So. Oh, ja, 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 ja. Halt noch gegen. Netz. Oh, irgendwie Kussel lenken kann ich auch nicht. Zweite Runde, du hältst gut mit. Okay, wir halten gut mit, auch gut. Oh, wie schnell man diese Kurve fahren kann, ne? Das ist man gar nicht gewohnt hier. Kurve kann man jetzt alle fast viel schneller nehmen. Die hier nicht so. So, wir haben uns vorgesetzt. Dann müssen wir hier mal rein, oder auch nicht. Ja, da kann man eigentlich gehen, ja, nee. Ja, so ganz anders hier jetzt. Ja, zieh rein, genau. Die Bremsen wollen nicht. Ja, ich nehme mal ein paar Plätze, die wir machen. Das ist prima. Oh, Leuchten haben geschlossen. Wegkriegen wollen wir die in der Nähe nicht. Bleib bitte da drüben. Danke schön. Das war ein bisschen unfair, oder? Nur ein bisschen. Mit zehnter Plätze, da kriegen wir zumindest einen Punkt. Mal gucken, ob er dann ein bisschen mehr kriegt. Ja, wieder. Das macht er vor uns. Hoffentlich nicht denselben, wie wir machen. Ja, ich habe es geschafft. Sieb doch. Oh, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, damit ich ja nicht jeden Wagen hier auch aus der Kurve fahre. Wow. Wow. Deine letzte Rundenzeit war 59,1. So. Sechsler passt jetzt auch nicht schlecht. Wir machen ja auch zu da, ne? wir haben es geschafft wir sind viele da hat sich immer gedreht dritter wir sind dritter ich weiß aber auch nicht vielleicht behalten wir den wagen doch hier ich weiß es noch nicht wie gesagt wir gucken mal am ende dieser beiden rennen wir gucken ja das war der anderen so strada alpina ja strecke sagt mir war es aber so ganz einordnen kann ich sie kann ich die nicht natürlich sehr schön bei regen so wie bei uns auch hier aktuell ich sehe gar nichts hier ja meine güne das ist echt scheiße das ist halt im regen was machen die Ich weiß nicht was wir da vorne machen. Irgendwas machen wir da, aber... Hinter uns sind welche, die waren auch hier drauf. Wir fahren nach außen. Kann man ein bisschen was sehen. Mann! Ist das denn ernst? Ausbremsen hier oder was? Ja, natürlich. Haben die irgendwelche Probleme mit uns oder so? Meine Güte! Jetzt fahren wir mal hin! Dann fahren wir wieder der Auto kaputt. 15, das wäre... Gute Tempo! Barrikunde 2, 1,5 Sekunden! Gerade die Bahn geht über 300. Fährt aber nicht! Sehr enttäuscht! Dann nehmen wir die Ingruppe. Entschuldigung, liebe Kollegen! Aber ich muss immer durch. Wir müssen unter die ersten 10. Das ist schöner für die Platzierung. Für die Punkte. 10, 10, 14, 15, 16, 17, 14, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Das ist schön! in dieser 20, 22, 20, 20. Wollen wir hier? Die Flöte sind wütend. Ich bin hier! Die Flöte sind wütend. Man kann nicht so schreckig hier schon ein bisschen schneller fahren. Ich will nicht alle kommen, aber im Bahnhof kann man schneller fahren. Meine Güte, manchmal brennen sie auch, wenn man nicht drüber merkt, dass man da brennt. So, ich bin jetzt ein weiterer, weil das mit dem Regen ist ja noch ätzender als ohne Regen. Okay, die letzte Rundezeit betrogen. 1,44,8. Okay. Aber wenn die so langsam fahren, dann kommen wir außen und halt rum. Und die überholen wir von außen. Dann kommen wir da auch nicht so viel. Aber wir haben ein schönes Temp bekommen. Dann kommen wir auch für mit zu sein. So. Aber sonst, wenn man freie Fahrt hat, kann man auch schon ganz gut fahren, oder? So. Das war ja zwar nicht ganz so gut, aber naja. Ich bin auch noch profi, ne? Aber naja. Aber wir haben jetzt nur noch einen Channel vor uns. So. Und ab durch das Ziel. So. Das haben wir geschafft. Du, 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 du. So. Erster und dritter, ne? Sind wir geworden. Haben wir geschafft. Ich bin abschließen auf den dritten Platz. Ja. Ich bin abschließen. Andere. Ich bin dann nicht aus dem dritten Platz. Vielen Dank.